Wahrlich, sagte meine Tante, die fast alle Geister kannte, keine Täuschung ist die Trut. Weißt du nicht, dass böse Seelen nächtlich aus dem Leibe rücken, um den Menschen zu bedrücken und zu treten und zu quälen, wenn er auf dem Rücken ruht? Und lautlos, durch verschlossene Türen, immer näher siehst du's kommen, zauberhaft und wunderlich, und dir graust es vor dem Dinge, und du kannst dich doch nicht rühren, und du fühlst dich so beklammen, möchtest rufen, wenn's nur ging, und auf einmal hat es dich. Doch wer klug weiß, sich zu schützen, abends beim Zuruhe gehen, brauchst du bloß darauf zu sehen, dass die Schuhe mit den Spitzen abgewandt vom Bette stehen. Außerdem habe ich gehört, leichtes Herz und leichter Magen, wie in anderen Lebenslagen, sind auch hier empfehlenswert. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017